Herzlich Willkommen liebe Leute zu dem kleinen Info-Video. Es dauert nicht mehr lang, heute ist der Tag der Tage, der Tag wo die Gamescom startet. Dies lassen wir uns natürlich nicht entgehen und werden aus unserem erbauten Studio, was ihr hier im Hintergrund sehen könnt, von Münzen aus live berissen, was alles passieren wird. Vom Donnerstag bis Sonntag sind wir live und zauern uns das gesamte Programm an, was die Gamescom offiziell streamt, also die Videos offiziell co-streamt und das wird eine richtig, richtig fette, tolle, coole Sache. Ihr könnt gespannt sein auf die ganzen Formate von der Gamescom, sei es der Auftakt heute am Donnerstag mit der Gamescom Opening Night live ab 19 Uhr, also 19.30 Uhr geht's offiziell los, 19 Uhr fangen wir mit der Berichterstattung bisher für die Opening Night an, sei es das Gamescom Studio, Gamescom Now und vieles, vieles, vieles mehr. Dadurch, dass ich Medienpartner bin, habe ich auch Zugriff auf dem Presse-Server, heißt sobald die jeweiligen Publisher exklusive Videos raushauen, wie die veröffentlichen dürfen, habe ich auch als einer der schnellsten darauf zugriff und kann diese und werde diese mit euch natürlich auch zeigen. Dies und vieles mehr sind einige Vorteile, die es hier auf dem Channel gibt, die ihr habt, wenn euch dazu entscheidet. Die Gamescom hier so verfolgen, es lohnt sich auf jeden Fall, das kann ich also mal verraten. Wir sind live, die ganze Woche eigentlich, jetzt von Donnerstag bis Sonntag, angefangen heute mit dem Donnerstag, sind wir ab 18 Uhr live und machen fette Berichterstattung und schauen, was so abgeht und die nächsten Tage, dann haben wir noch viel, viel mehr tolle Sachen vor. Darauf könnt ihr euch also auf jeden Fall freuen. Wir machen das Beste draus mit der Gamescom, ich hoffe ihr auch und ich hoffe ihr bekommt damit wenigstens so ein bisschen das Gamescom-Feeling zu euch nach Hause. Ich möchte euch freuen, wenn ihr nachher eins haltet, um 18 Uhr geht's los, live auf YouTube.com, das GameAccounts. Bis zum nächsten Mal.